Die Herren sind schon da. Was schon? Wieso bin ich schon da? Heimatkanal gratuliert der bezaubernden Johanna Matz. Das ist ein bisschen übertrieben. Das zuckersüße, charmante Wiener Madl feiert ihren 85. Geburtstag. Ist doch nicht Ihr Ernst. Mein Fälliger. Jeden Mittwoch im Oktober um 20.15 Uhr. Ich weiß nicht, was daraus werden wird. Etwas Furchtbares wahrscheinlich. Aber Ihnen zur Liebe riskiere ich einen kleinen Skandal. Nur auf Heimatkanal. Fernsehen mit Herz. Ja! Schlauze!